Goldpits zu tun haben. Schade, ich wollte die gerade eigentlich abkappen da von der Außenwelt. Hör jetzt auf! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Captain Tone Shrider Tracker. Wieder mit mir Larissa auf Felix Kanal. Abonniert ihn, wenn ihr das noch nicht getan habt. Heute geht es weiter. Warum hast du ihn direkt am Anfang so abonniert? Wir sind beim Schalter im Wüssen sehens. Beantworte halt nicht meine Frage. Nee, ich möchte ja nicht mit dir reden. Okay. Wir sind am achten Level. Oh, das sieht cool aus. Das sagen wir zwar immer, aber okay. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie bitte? Okay. Okay. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich mal sagen, dass sausau oft die Aufgabe einfach ist. Oh, ich glaube man sollte den Ingen hinwerfen. Kannst du mal wieder, nein, kannst du mal auf den anderen P-Switch? Und jetzt auf den anderen. So, was ich schade finde, weil du mir gerade schon wieder das hier gestohlen hast, was ich sagen wollte. Ich finde es schade, dass einfach die Aufgaben so zu 90 Prozent was mit Goldpits zu tun hat. Schade, ich wollte dich gerade eigentlich abkappen davon. Ah, ah. Alles in Welt. Hör jetzt auf! So, zack, runter mit dem Teil. Okay, hier kommen wir nicht so lang. Doch, oder machen wir mal, nochmal. P-Switch. Zack, nochmal P-Switch. P-Switch. Hör auf, hör auf. Du stehst, du sagst, du mehr Peace mit, aber stehst auf einen. Ja, du sollst ja auch runter von dem, oh Gott, ey. Wolltest du ihn jetzt runter haben oder nicht? Die Idiot. Möchte ich nicht. Ja, ich habe hier voll auf den Kopf geworfen. Okay. So, hä, wo bist du denn jetzt? So, weil ich lass die runter. Oh, wo willst du denn hin? Ich wollte, guck mal, mach gleich von da. Ja. Wozu willst du denn da untergehen? Hier, das wollte ich doch einfach mal gucken. Ja, besser ein Blindfuchs. Als ob da unten nichts ist. Das ist echt nichts. Als ob ich dir einmal gleich eine reinhau. So, ich mach jetzt den Peace-Switch, dann kommst du hierher. Oh, oh. Oh shit. Ah, ja. Das war, glaube ich, nicht so gut geplant. So, okay. Hier, stell ich mich erstmal hier hin. Dann kill ich den. Werf dich damit. Ah, so. Okay. Äh. Ich würde gerade sagen, wir haben keinen Peace-Switch mehr, der das runter macht. Wo haben wir ja noch? Geh runter. Oh nein. Nein. Ich hab's verkackt. Ich hätte das Viech nehmen müssen und das abwerfen können müssen tun. Ja, weißt du, ja. Ja, weißt du, ja. Ja, das ist, äh. Das ist, äh. Das ist, äh, belassen. Ich hab's jetzt im Stängen. Nein, nein. Oh, das ist nicht so schön, ne? Ja, da haben wir ja auf jeden Fall das erste Level nicht 100%. Äh, ach, ja, Schalter nur achtmal betätigen, das ist easy. Glaube ich, wenn du nicht einfach mal so darüber laufen solltest. Könntest du mir die Brille abnehmen? Du siehst richtig aus wie ein Fraggle, ey. Jetzt muss ich den anderen nochmal betätigen. Ja, okay. Das war safe mehr als achtmal. Vielleicht haben wir es ja trotzdem geschafft. Vielleicht waren es ja keine achtmal. Du bist gerade sogar noch gestorben. Ja, hab ich auch gesehen. Ja, hab ich auch gesehen. Nein, war es nicht. War ein bisschen zu oft. Kannst du wieder bitte reindrücken? Einfach zum Stehen. Jetzt müssen es, das waren irgendwie fünfmal oder so. Sechsmal. Also es ist, es ist einfacher zu zweit natürlich, weil der eine kann irgendwo anders warten. Aber das sollten, das sollten schon. Ja, okay, endlich. So. Und kannst du bitte jetzt nach rechts drücken? Lurenfahrt. Ja, eine Lurenfahrt. Yeah, ich freue mich, wenn Larissa und ich wieder und streiten, wer die Kamera, in welche Richtung drehen, da und so weiter. Ich freue mich. Oh, was? Das ist riesig. Oh nein. Ja, stopp. Okay. Die sind elektrik. Ach, die kann man ja wegreden. Hallo. Der geht nicht weg. Der geht nicht weg. Kommt aus. Ey, das ist ja voll cool. Das ist so eine Mischung mal aus normalen. Ach nee, du geh da oben in die Lurenfahrt ja schon direkt los. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Mischung aus normalen Level und Lurenfahrt. Kommst du jetzt? Re自然 bereit, so ein Gefühl wie die Fücher hier. 저희 Verlänger von München Münzen beschied mich. Die irgendwelche! Irgendwas bestellt hier. Nichts bestellt. Irgendwas hat sich an diesem Filmstift. Es ist jetzt so schön. das ist das ist die fahrt das ist die fahrt da kommen wir noch hin gut okay aber es kommt in die Harte das ist cool gemacht das ist echt cool das war ohne Spaß das hätten wir einfach nur zu zerschießen müssen wir haben auch bekommen wir haben Leben bekommen wir müssen zusammen auf die Dinger aufdrehen ja es geht schnell die gehen auch so weg aber es dauert das dauert lang ich denke mal es wird irgendwas mit Münzen zu tun haben so ok auf die auf die, auf die auf die ah das ist aber der erste wenn das der erste ist so ok alle weg da die Münzen direkt abschießen also wir sind ja echt konzentriert das muss ich ehrlich mal sagen ja die letzten Münzen auch noch oh pow 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 der hinterst nenn die ist richtig gut also darfst du mal im richtigen jahre haben hallo kannst du dich ja bitte wieder in die richtung drehen danke wo ist bitte jetzt ja hinter uns wo ist der letzte alter schwede bitte ich glaub den haben hoffentlich ist das irgendwie 200 münzen 200 münzen wäre eine faire angabe glaube ich ich weiß nicht mit mit brille rum es wird brillen du aber der letzte der fehlt uns leider aber das level war cool also können wir doch noch mal gerne rein jetzt halt ein bisschen weniger schießen ein bisschen mehr auf die umgebung achten ja machen wir da ist er da haben wir ihn ich hatte gerade wir sind da vorbeigeflogen also ich weiß nicht was mit was ich da gesehen habe aber das war auf jeden fall nicht der das war ja nicht der ich habe irgendwo anders hingeguckt ich dachte wir wären komplett vorbeigeflogen an dem teil aber okay so dann nehmen wir noch mal die münzen hier mit sind leider keine ganzen 200 ja ich spüre ich spüre also 200 hätten wir wenigstens noch mal ein what up wir waren ja in den letzten part fast game over schon wieder gegangen wir sind ja erst game over gegangen so und noch ein was ist das ich glaube ich weiß was das ist was was ist das hier kann man richtig viele one up sammeln alter schwede ach so hinter uns laufen jetzt die ganze zeit diese mumien hinterher oh gott 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 nein die sind ja voll schnell die sind ja schneller als man selbst oh gott oh gott oh gott oh gott du gehst ich hab noch einen du gehst nein ja genau ich geh hier runter nein was hast du doch ich bin der kleine warte warte kurz ja okay da sind wir raus ja gut dann sind wir im nächsten level so geht das immer weiter ich glaube das ist einfach nur um münzen zu sammeln und so weiter und so fort du bist dann gehst du da lang weil hier noch andere minzen und so was sind das ding ist die laufen einen immer direkt hinterher außer die schei geist also die vier laufen einen direkten daher aber die sind genau so schnell ich werde sterben die laufen die war ich doch ja und da war ich doch schon gerade aber ich glaube hier lang die sind dumm wo ist die box auf 579 ich weiß nicht ob das so schlecht ist ich glaube gibt es überhaupt ach so dann ist das weg danach okay ist aber mal cool dass sie mal gesehen zu haben und wenn wir wenige leben haben jetzt haben einfach 16 leben wir haben vorher mal richtig am limit gehustelt und es geht weiter mit die leiden das kapitän tot es sieht so schön aus also das spiel ohne witz es sieht echt vor allem in diesen zwischensequenzen richtig richtig schön aus ich weiß nicht ob das auf der wiiu genau so schön aussah aber wir sind müde das hast du jedes mal wir essen pilsuppe wir haben voll viel money da ist wingo wingo bruder nein mann 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 warum hatten wir eigentlich vorhin toe dead gespielt ich hab's ich hab's immer noch nicht verstanden so ich glaube das war's mit diesem paar wieder wieso so ein kurzer part wir haben noch ein level vor uns das wir machen wollen was soll es das gewesen sein okay dann ist heute mal ein kurzer part weil ich muss ja auch noch alles runter schneiden das wird auch ein bisschen ne einfach nur es ist heute ein kurzer part ihr müsst wissen larissa nächste woche die auf klassenfahrt und dementsprechend haben wir ein bisschen jetzt vor produziert also nicht wundern also wenn er sich kommen ich hab gehört musst du mir das wegnehmen na egal freunde das soll es gewesen sein mit dem partner so viel mehr auf den Ombau was auch immer eine positive Bewertung gab wenn euch alles gefallen hat wenn euch ein dieser gefallen hat wenn ihr es gehen heute gefallen hat unser Teamwork in dem Lohenland war eigentlich heftig wo sie einfach mal nicht sonst und das kann ich das aber quick haut rein freunde bis zum nächsten part und tschau bis zum nächsten Mal